Bitcoin weiterhin mit wenig Stärke, welche Targets da jetzt in der nächsten Zeit in Frage kommen können, das schauen wir uns hier in diesem Video an und damit sehr herzlich willkommen zum heutigen Krypto-Update hier von Trading on Air. Ja, wir schauen uns heute wie immer, Bitcoin und Ethereum hinsichtlich der Elite-Wellen terrieren, welche Levels sind wichtig, was ist unser genauer Fahrplan und wann bieten sich hier endlich wieder Long-Trades an, die wir auch mit der kostenlosen Telegram-Signal-Gruppe hier wieder nehmen können. All das hier in diesem Video ist das Video mal vollgepackt mit Mehrwert und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein, aber davor eins nach vorne weg, wie immer. Wenn dir der Content gefällt und du uns natürlich unterstützen möchtest, kannst du dem Video schon mal gerne einen Daumen nach oben geben, den Kanal natürlich kostenfrei abonnieren und natürlich auch die Glocke aktivieren bzw. auch gerne einen Kommentar da lassen, um den YouTuber-Update zu supporten. Wir würden uns auf jeden Fall auch mega freuen und unterstützen. Gut, dann gehen wir jetzt direkt rein, Kryptomarktkapitalien hier bei den 1,05 Billionen US-Dollar, dementsprechend hier mit leichtem Minus von 0,6% gegenüber den letzten 24 Stunden. Wir sehen jetzt Bitcoin hier 26.000 Dollar ziemlich genau mit 0,4% im Minus und Ethereum hier 1.662 US-Dollar mit gut 1% an Preisabgaben die letzten 24 Stunden. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein in die Chart-Analyse, fangen wir wie gewohnt auf dem Daily-Time-Frame an. Per se eigentlich weit, denn alles unverändert. Die gestrige Daily-Kennel komplett unaufsagekräftig. Wichtige Marken auch unten hinaus, einmal hier die 24.786 US-Dollar, dieses Tief. Das haben wir nämlich hier auf dem Index-Chart bei Bitcoin nicht rausgenommen. Das ist nur der Chart von Bidget, den wir eben zu analysieren nutzen. Und hier wurde das rausgenommen, wie auf vielen anderen Exchanges, aber da müssen wir nach dem Index-Chart gehen und da wurde es nicht rausgenommen. Das ist das weiterhin ein sehr, sehr wichtiges Tief. Dann hier das Tief hier von dem Bidget-Chart in diesem Fall oder den anderen Exchanges. Hier 24.288 US-Dollar, natürlich auch, was man mal im Blick behalten sollte, aber dieses Tief hier weit, denn das Wichtigere Tief. Und nach oben hin raus, die wichtigste Marke hier einmal 28.600 US-Dollar, sollten wir unmittelbar nach oben kommen. Gut, soviel eigentlich zum Daily-Time-Frame. Gehen wir direkt in die Counts hier rein, die wir aktuell hier verfolgen. Das wäre hier beispielsweise mal dieser, dass wir sagen, okay, ausgeformt. Das in jedem Szenario, aber als primäres Szenario, dass wir hier mit WXYXZ hier seit dem All-Tapy abverkauft haben, mit dem Mindestziel 16.000 US-Dollar, wo wir auch unsere ersten Tranchen hinterlegt haben, mit der kostenlosen Telegram-Signalgruppe. Seit diesem Zeitpunkt hier 1, 2, 3, 4, 5 in einem Leading-Dial, um jetzt mittels A, B, C hier abzuverkaufen. Dann würden wir hier roundabout 21.700 Dollar mal ganz, ganz stark anvisieren. Im Worst Case aktuell 18.900 US-Dollar. Aber das ist nicht unser Primary-Szenario. Unser Primary-Szenario ist aktuell dieser Count hier, dass wir sagen, okay, dreiteilige A, dreiteilige B nach oben und wir warten jetzt hier einen Impuls nach unten in einer Welle C. Das heißt, dass unser Impuls hier zuvor mittels 1, 2, 3, 4, 5 in gelb ausgeformt worden ist und dass wir jetzt quasi hier bereits in den letzten Zügen unserer übergeordneten Welle 2 hier sind und dann mit unserer Welle 3 richtig impulsiv Richtung Norden auf 50.000 Dollar und aufwärts dann hier marschieren zu können. Jedoch, egal welchen Count wir jetzt hier erstmal anmachen, machen wir den an oder machen wir den an, sehen wir, wir erwarten entweder eine Welle A nach unten oder wir erwarten eine Welle C nach unten. Beides ist fünfteilig. Das heißt, ja, wir erwarten jetzt strukturell in diesem Abwärts-Move hier erstmal denselben Move. Das heißt, da können wir uns intra- oder auf den kleineren Zeitanheiten jetzt erstmal ungeachtet dessen, was wir auf den übergeordneten Timeframes erwarten, hier jetzt erst einmal gleich orientieren. Es wird theoretisch noch eine Möglichkeit geben, dass wir sagen, okay, das hier war eine W, das hier war eine X und wir bekommen jetzt ein Y und würde nur noch ein minimales Tief hier ausstehen. Das schauen wir uns jetzt gleich auf den kleineren Zeitanheiten an, was da substanziell wichtig wird. Aber davor noch kurz der Hinweis, sollten wir irgendwo in Trades eingehen, halten wir euch selbstverständlich hier in der kostenlosen Telegram-Signalgruppe auf den Laufenden. So sehen hier beispielsweise die Trades aus. Aber ganz, ganz wichtig sind unsere Trades, wie wir trainen. Das heißt, ihr könnt die nachmachen, müsst es natürlich nicht. Das heißt, keine finanzielle Anlageberatung an dieser Stelle. Aber ihr seht, wir traden das Ganze hier auf Budget. Das heißt, wenn du hier einfach keine Kurserweihungen haben möchtest oder einfach dir lebenslänglich 10% Rabatt auf deine Gebühren sparen möchtest oder einfach nur den Kanal supporten möchtest, kannst du es gerne tun mit einem Link unten in der Videobeschreibung. Genauso wie auch zur Talk- und News-Gruppe. Selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kommt von unserer Seite immer Trade-Ideen rein oder einfach kurze Zwischen-Updates, falls sich hier was Spannendes getan hat. Gut, so viel zu Telegram. Wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt gehen wir rein in die kleineren Seitenheiten. Wie gesagt, das ist unser Primary-Szenario. Würde theoretisch mal WXY gehen. Würde jetzt nur noch ein Tiefen aufstehen. Und das schauen wir uns jetzt erstmal an. Beziehungsweise davor können wir hier mal die Pivot-Punkte reintun. Denn wir sehen hier 23.200 US-Dollar auf dem Daily-Timeframe. Hier ja analog mit unserem 1.618 in grün. Das heißt, hier wirklich schon mal das schöne Confluence, was ein sehr, sehr starker Support hier eben schon mal darstellen kann. Und wenn wir uns hier bei diesem Fibonacci nochmal 0382 anschalten, sehen wir 23.776 Dollar. Würde perfekt mit Liquidität zwischen unter dem WIC von den ganzen anderen Börsen hier eben passen. Das heißt, das hier schon mal ein sehr, sehr wichtiger Bereich. 28.800 bis 28.200 US-Dollar. Wenn wir hier runtergehen auf den 4-Stunden-Timeframe, sehen wir, dass nämlich genau beim 0382 auf dem 4-Stunden-Timeframe auch noch ein Pivot-Punkt ist. Das heißt, das 28.800 bis 28.300 US-Dollar. Wirklich sehr, sehr starker Support, von dem wir hier auszugehen haben. Und das würden wir als Target hier erwarten, wenn wir sagen, okay, wir erwarten hier ein übergeordnetes WXY in grün, dass es quasi mit dem nächsten Tief hier zu Ende ist. Dann wollen wir das Tief von den ganzen Börsen eben sehen, dass das rausgenommen wird. Plus, wir wollen sehen, dass wir hier eben unsere 0382 hier taggen. In Kombination mit dem 1.618, das wäre einfach nur traumhaft, um dann hier wirklich sauber durchstarten zu können. Das heißt, sollten wir hier diesen Move mit diesem Down-Move, den wir ebenfalls erwarten, dass wir hier dann ja gleich so tief kommen sollten, dann ist es definitiv verliebt, zu sagen, okay, WXY und wir erwarten hier direkt einen Impuls. Dann wird es wirklich sehr, sehr tricky, ob wir den dann bekommen. Dann müssen wir darauf gefasst sein, dass dieser eben kommt. Aber ansonsten verfolgen wir weiterhin A, B, C, dass wir eben mindestens 23.800 Dollar nochmal abholen, bevor wir hier Richtung Norden gehen können. Und aktuell verfolgen wir sogar, dass wir hier eher nochmal Richtung 22.000 Dollar gehen. Aber direkt 23.800, wenn wir das mit dem nächsten Tief hier abholen, dann besteht hier die Möglichkeit, dass das Ding hier zu Ende ist und wir direkt in die Welle 3 hier eben starten. Gut, dann gehen wir jetzt noch kurz in die kleineren Zeiteinheiten ein, denn wir gehen davon aus, 1, 2, 3, 4, 5, wie gesagt, wir erwarten aktuell den Impuls primär nach unten. Das heißt, wir sehen hier aktuell eine Welle 4, der Welle 3. Und hier würden wir erwarten, dass wir mindestens unter die 25.391 Dollar, unter das Low vom Index-Chart, hier nochmal drunter brechen. Hier wäre ein sehr, sehr spannender Bereich. 25.222 bis 24.980 Dollar ist einfach unser trendbasiertes Vibonacci-Table von unserer Welle 1 hier angelegt an unsere Welle 4, sollte sich diese hier eben im Triangle zusammensetzen, beziehungsweise das Triangle wäre dann sogar so. Das heißt, es wäre wirklich ein sehr schönes Triangle, wo wir dann erwarten können, okay, wir fliegen nochmal runter, bauen diese drei hier aus. Wäre auch hier ja nicht undenkwürdig, dass wir hier die 24.900 einmal untaggen nochmal, denn, ja, das wäre unser 1.618er, wäre diese WIC hier eben nicht gewesen, was auf den anderen Börsen, wie gesagt, auch nicht, oder das heißt, nicht auf den anderen Börsen, was auf dem Index-Chart, wie gesagt, nicht der Fall ist. Das heißt, ein Move hier runter 24.900 wäre sehr, sehr spannend, sollte das hier halten. 24.900, bisschen tiefer können wir gehen, okay, 24.600 Dollar, dann ist das definitiv hier ein Szenario, was denkbar ist, dass wir dann noch eine Welle 4 reinbekommen, um dann hier runter Richtung 22.000 Dollar, beziehungsweise mindestens 23.300 zu brechen. Sollten dieser Bereich hier nicht halten, dann, wie gesagt, nächste Erhaltsstelle 23.800 bis 23.300 Dollar und dann kann das theoretisch auch das letzte Tief hier gewesen sein, denn ihr seht, dann wäre das Ganze hier dreiteilig, was zu einer Welle Y hier passen würde, was dort übergeordnet für das WXY sprechen würde. Aber wie gesagt, das hier weiter in unserem primären Szenario, Welle 3, dann Welle 4 und dann nochmal Welle 5 Richtung 055-Universität hier in der 22.000 US-Dollar-Region. Gut, soviel zu Bitcoin, etwas ausführlicher, aber nochmal klargestellt zum Video von gestern und das Ganze hier nochmal kurz verdeutlicht. Gut, dann schauen wir uns Ethereum an, machen uns hier kurz diesen Count hier einmal an. Das, ja, lassen wir es kurz nochmal verschwinden. Denn, genau, Sichtbarkeit, ne, machen wir es hier, genau, das lassen wir es nochmal hier ganz, ganz kurz verschwinden, denn hier übergeordnet hat es nichts zu suchen. Hier weiter in die Möglichkeit, auch hier Boden gefunden, primär 1 nach oben, 2 nach oben, und hier ein zweites 1, 2 mittels 1, 2. Das heißt, dass wir hier quasi dann, ja, mittels in der 3, der 3 dann quasi hochstanden, was ein sehr, sehr impulsiver Move wäre. Wir jedoch eher viel favorisieren, dass wir hier dann sagen, okay, wir haben hier erst den Boden gefunden, das heißt, wir haben eine Junkation gefunden, um dann mittels der 1, 2 Bewegung wegzudrehen, ähnlich wie wir es eben bei Bitcoin der Fall hier ist. Gut, so viel eigentlich dazu, gehen wir auch hier auf den 4 Stunden Time frame runter. Hier sehen wir es, hier haben wir es aktuell so gekennzeichnet. Auch hier dreiteilige A hoch in der B. Und hier sagen wir, okay, es handelt sich auch hier um eine Flat-Formation, denn die B ist weit genug retraced, um auch hier 1, 2, 3, 4, 5 nach unten hin einzeichnen zu können. Das heißt, auch hier verfolgen wir aktuell den Impuls nach unten, dass wir nochmal unter das Tief hier bei den 1.470 Dollar hier müssen. Alternativ kann es sich hier eben um ein WXY handeln, dann wäre das hier theoretisch schon dann, dass diese Möglichkeit besteht. Wir sind hier auch wunderbar hier ins Golden Pocket hier einmal reingestochen, sind wunderbar hier raus reagiert. Jedoch sollte das das nicht gewesen sein, könnten wir uns auch hier mal dieses, ja, Fibonacci hier einfach mal auf dem Logarithmus-Chart hier anschauen. Dann sehen wir, wir hätten theoretisch noch etwas Platz hier nach unten zum Golden Pocket und dann wird der Bereich um die 1.400 Dollar sehr, sehr interessant werden für Ethereum, sollte es hier nochmal zu dem Tief kommen, was wir auch hier aktuell weiterhin primär verfolgen. Das heißt hier 1.400 bis 1.390 Dollar, sehr, sehr starker Supportbereich hier für das potenzielle Boden. Theoretisch vielleicht hier unter das Tief nochmal der vorherigen Welle 4, was wir aber auch sehr, sehr schön sehen. Eine übergeordnete Welle 2 korrigiert sehr, sehr gerne in dem Bereich der Sub-Welle 4, der Welle 1. Das heißt hier dieses Tief hier einfach in die Region rein. Das sehen wir aktuell, was für uns hier weiterhin für eine Wellen-2-Korrektur hier spricht. Gut, so viel eigentlich zu Bitcoin und Ethereum. Der Fahrplan sollte klar sein. Wir können es uns auch hier nochmal kurz anmachen, dass wir sagen, okay, das hier ist W, X, Y. Wir kriegen dann nochmal eine Verlängerung der X und nochmal eine Z rein. Besteht theoretisch auch die Möglichkeit, jedoch sind wir weiterhin eben, wie gesagt, auf der Downside orientiert mit das hier als primären Szenario Richtung 1.400 US-Dollar. Hier weiterhin, wichtige Marken nach oben, 1.720 bis 1.740 Dollar. Sollte das hier fallen, ist dieses Szenario nicht mehr haltbar. Dann müssen wir übergeordnet hier wahrscheinlich W, X, Y, X, Z anschauen. Und dann wäre hier die nächste Haltestelle 1.790 bis 1.807 US-Dollar. Gut, soviel zu Bitcoin und Ethereum. Der Fahrplan sollte jetzt final klar sein. Wir bedanken uns schon mal über jegliche Form von Support. Und damit hören wir uns später gegebenenfalls auf Telegram wieder. Ansonsten, morgen in der Früh zum Update. Und damit Trading und Er ist raus. Macht's gut. Ciao, ciao. cried und Bis zum nächsten Mal.